Okay, schnelles Video. Ihr wollt diese schönen Laternen haben? Dann zeige ich dir jetzt den schnellsten Weg, wie du sie bekommen kannst. Du spielst 1 gegen 1, zu ranked, machst vielleicht ein cooles Tor, aber du musst nicht unbedingt ein cooles Tor machen. Und du bist dein Ehremann, wenn du einfach das Game aufgibst und den Gegner gewinnen lässt. So sparst du am meisten Zeit, schließt das Game ab, steigst vielleicht ein bisschen runter, aber du steigst bei den Matchanzahlen in der Challenge schneller auf. Und seien wir ganz ehrlich, 1 gegen 1, der Rang ist komplett unsinnig und macht gar keinen Sinn, braucht gar kein Mensch. Also, hol dir lieber diese Laternen, die kosten wenigstens 200 Credits und du kannst dir von 5 Stück ganze 1000 Credits holen, was quasi 10 Euro sind. Und jetzt lasst ein Like da und viel Spaß beim Laternen-Farm. Knipser ist raus.